Überwachungskameras, ein Wachturm, hohe Mauern, Stacheldraht. Wir müssen verdeckt filmen, immer damit rechnen, von der Polizei aufgegriffen zu werden. Denn unsere Recherchen stören die chinesische Regierung. Wir wollen mehr erfahren über die Lager, in denen systematisch Muslime eingesperrt werden sollen, zur Umerziehung. Ein Passant sagt uns, hier werde studiert, Zwangsstudium Kommunismus. Auf dem Satellitenbild sieht die Anlage so aus. Acht Häuserblocks und ein Sportplatz. Aber was passiert dort genau? Hier in Istanbul können wir mit jemandem sprechen, der die Lager kennt. Denn in Xinjiang selbst will oder kann aus Angst niemand mit uns reden. Die Flagge der uigurischen Unabhängigkeitsbewegung in China verboten. Allem da zeigt sie uns, er möchte anonym bleiben. Seinen Namen haben wir geändert. Er ist aus China hierher geflüchtet, aber seine Schwester ist noch in einem der Lager. Das hat er bei einem Besuch dort erlebt. Auf meiner linken Seite waren ungefähr 600 bis 700 Leute. Sie standen aufrecht und sangen ein chinesisches Marschlied. Oben war ein Schild, darauf stand Erziehungszentrum der Partei. Alle hatten diese blaue Uniform und bewegten sich nicht. Experten sagen, Uiguren würden in den Lagern gezwungen, Chinesisch zu lernen, Vorträge über Gefahren des Islam zu hören. Sogar Bärte seien verboten. Ihre islamische Identität solle ausradiert werden. Allem da lebt seit April in Istanbul. Der Kontakt zu seiner Familie in Xinjiang ist abgerissen. Mit meiner Mutter habe ich seitdem nicht gesprochen. Sie hat Angst, mit mir zu reden. Sie geht nicht ran, wenn ich sie anrufe. Meinen Bruder haben sie festgenommen, weil er mit mir sprach. Wenn man mit dem Ausland spricht, kriegt man mindestens drei Jahre Haft. 5000 Kilometer entfernt bei Stuttgart. Adrian Zenz analysiert seit Jahren das Unterdrückungssystem in der chinesischen Xinjiang-Provinz. Auch die von uns besuchte Anlage in Kaschka kennt er. Für ihn klar ein Umerziehungslager. Man kann erkennen, es handelt sich um relativ normale graue Gebäude. Es ist also keine klassische Haftanstalt, die andere Gebäudeformen hat. In China haben diese Gebäude oft vergleichbare oder ähnliche Strukturen, weil sie vorgefertigt hergestellt werden. Zenz wertet Regierungsdokumente und Ausschreibungen für diese Lager aus und zieht so seine Schlüsse. Er spricht von mindestens 1000 Unternierungslagern in Xinjiang. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch und die Vereinten Nationen schätzen bis zu eine Million Inhaftierte. Die größte Umerziehungsaktion in China seit der Kulturrevolution. Die Umerziehung in Xinjiang ist so massiert und von dem, was wir jetzt von unterschiedlichen Erzeugenaussagen gehört haben, geht es zunehmend in die Richtung, dass man von einer Art kulturellem Genozid ausgehen muss. Die Provinz Xinjiang liegt ganz im Westen Chinas. Das Verhältnis zwischen den hier einheimischen Uiguren und Chinesen ist seit Langem angespannt. Peking möchte die muslimische Religion zurückdrängen, sieht Terrorgefahren. Viele Uiguren empfinden die Chinesen als Besatzer, fühlen sich von Peking unterdrückt. Die Unruhen 2009 haben die Spaltung verstärkt. Uiguren attackierten Chinesen in der Provinzhauptstadt. Knapp 200 Menschen starben. Danach baute Peking den Sicherheitsapparat aus, gab es mehr und mehrere Passalien. Die Folgen sind heute in Kaschka überall spürbar, etwa auf dem Markt, eine Touristenattraktion. Die Messer der Standbetreiber sind angekettet und registriert. Die Machthaber wollen verhindern, dass Uiguren sie als Waffe gegen Chinesen einsetzen. Beispiel Ausweiskontrollen alle paar Meter. Nur Uiguren müssen ihre Pässe zeigen, Chinesen können einfach durchgehen. Per Zufall können wir hier die Festnahme eines Uiguren filmen. Der Grund ist unklar. Sie nehmen ihn mit. Wohin? In eins der Lager? Oder die It-Kar-Moschee. Es weht die rote Fahne. Über dem Eingang der Satz, liebe die kommunistische Partei, liebe das Land. Wir versuchen den Imam zu treffen, nicht möglich. Ob hier noch gebetet wird? Unklar. Gegenüber KP-Propaganda. Parteichef Xi Jinping und lachende Uiguren. Die Wahrheit könnte nicht ferner liegen. Was sagt die chinesische Regierung zu all dem? Sie bezeichnet die Lager als Berufsschulen. Auf unsere Frage im Außenministerium immer die gleiche Antwort. In der Xinjiang-Provinz ist die Gesellschaft im Moment stabil. Die Wirtschaft entwickelt sich. Alle ethnischen Gruppen leben in Harmonie.